Ich bin Tobias Frankhauser, bin 25 Jahre alt und komme aus Hölsten, aus dem schönen Baselbiet. Ich starte in der Klasse MH2, das steht für Man Handcycling 2. Das 2 ist die zweitstärkste behinderte Klasse der Handbiker. Ich fahre in dieser Klasse, weil ich vom Hals weg gelähmt bin und zusätzlich noch Einschränkungen in meiner linken Hand habe. Ich empfehle euch sehr an die Eröffnungsfeier zu kommen mit dem Team Relay. Das ist wirklich ein erstklassiger Event. Da geht so viel los, es gibt so viel Führungswechsel. Für euch Athleten ist es immer mega spannend und schwer vorauszusehen, wer es gewinnt. Es wird ein Spektakel sein und man wird erstklassige Leistungen sehen. Die Silbermedaille an den Paralympics in London ist immer noch mein grösster Erfolg. bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.